Es ist leicht, so zu tun, als würde man kämpfen, aber man kann nicht so tun, als könnte man spielen. Sondern man muss da wirklich alles andere vorher abarbeiten und wir haben den Gegner richtig bearbeitet und es waren ein paar leichte Momente dabei, mehr war es nicht. Ich gehe davon aus, dass die Nürnberger unsere Spiele auch gesehen haben und ich hatte Michael Wiesinger ja am Montag auf der Trainertagung getroffen. Wie gesagt, keine Angst, wir spielen nicht so mit. Wir haben erst 14 Heimpunkte. Das klingt so, als hätten wir erst fünf Spiele, aber wir haben eine ganz normale Anzahl an Heimspielen gehabt und trotzdem erst 14 Punkte geholt. Dementsprechend ist es unsere Aufgabe, das Spiel so zu gestalten, dass es dem Gegner schwerfällt, Antworten zu finden. Wir haben dann Anfang gemacht in Bremen, aber eben nicht mehr. Wir werden jetzt irgendwie wieder rein stolpern in die Rückrunde und am Ende dann, keine Ahnung, noch drei, vier Mannschaften uns vorbeiziehen lassen. Und dann haben wir ab Spieltag 24 ungefähr dann richtig Druck, weil wir in diese, wenn wir Punkteabstände aufholen müssen, auf andere Mannschaften, nicht auf Bayern, sondern auf andere Mannschaften. Und der Gefahr wollen wir uns nicht aussetzen. Wir wollen tatsächlich voll konzentriert in diese Rückrunde gehen, um das maximal für uns Mögliche rauszuholen. Und zwar ab dem 18. Spieltag und nicht das maximal Mögliche ab dem 24. Und zwar ab dem 18. Untertitelung des ZDF, 2020